Hallo miteinander, ich begrüsse euch herzlich zum heutigen Chat-Event. Wir möchten für einmal miteinander über Langzeitüberleben reden, was das so mit sich bringt und wie man sich fühlt. Wir haben gemerkt, dass sich hier Leute manchmal auch benachteiligt fühlen und denken, das ist doch wirklich ein Thema. Und als Langzeitüberlebende selber, unterdessen darf ich mich auch so bezeichnen, nach 16 Jahren, ist es an mir ein wichtiges Anliegen. Für mich gibt es da zu einerseits so Sachen, wo sicher ein grosses Thema ist, sicher Langzeitnebenwirkungen, gerade bei Leuten, die auch schon lange ins Medikament nehmen. Ein anderes, was mir sehr am Herzen liegt, ist auch, ja, Freunden überlebten zu haben und immer noch Freunden zu überleben. Also wie gehen wir eigentlich mit dem um? Und dann auch ganz alltägliche Fragen, die sich einfach mit der Zeit auch ändern, wenn du länger damit lebst. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Bis dann.